So Leute, Baller Casino nochmal am Start. Ich habe da nochmal das nächste Real Race gemacht. Hier ist der Mindesteinsatz 30 Cent. Beziehungsweise muss 30 Cent sein. Und, ja, wollen wir mal sehen, was hier kommt. Wir haben noch 100 Drehs. Und, äh, einfach mal anfangen. Wir sind schon ein bisschen spät dran, hat schon angefangen. Zwei Minuten später gestartet. Wir hatten ja eben schon den vorigen Real Race relativ gut gewonnen. Und, äh, ja, diesmal mache ich es anders. Ich lasse das nicht durchlaufen. Ich melde mich einfach, wenn was Besonderes kommt. Freispiele etc. Wie seid ihr dabei? Ihr könnt das verfolgen. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, bis dahin. So Leute, das erste Mal drei Pyramiden. Vier, was heißt vier? Vier Freispiele. Oh, toll. Super. So, naja. Dolle ist nicht. Hm, hm, hm. Ja. Gewonnen 1,50. Äh, ich mach mich kaputt. War ja gar nichts. Ach, naja, ich melde mich, wenn wieder was kommt. Das war ja mal eine Nullnummer. End, zahre ich noch 70 Euro. Jetzt habe ich noch 39. Ich glaube, wir werden gar nicht genug Geld haben, um das Riegelrecht zu Ende zu spielen. Das ist natürlich scheiße. Äh, vielleicht kommt ja noch ein Gewinn. Aber das war ja eben nichts. Ich melde mich, wenn das kommt. So, zweites Mal Pyramiden, mal sehen, was kommt. 15 Freispiele. Naja, vorerst machen wir drei. Jetzt machen wir 15. Und, mal sehen. Schneller Modus ist aktiviert, nicht, dass ihr euch wundert. Es wäre ja immer nicht schlecht, wenn jetzt mal ein richtiger Hammer kommen würde. Was ist das? Aha. Gratulation. Pyramiden-Drehung. Aha. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber egal, nehmen wir mit. Jungen. Acht. Acht Pyramiden-Drehungen. Hm. Wer weiß es. Big Win? Was für ein Big Win? Jungen. Zehn Mal. Elf Euro? Hm. Ja. Nehmen wir mit. Ja, mal schön, wenn noch was kommt. Das ist ein richtiger Hammer. Multiplikator. Ach, das ist alles immer mal zehn. Der Multiplikator ist stehen geblieben. Aber das ist ja nicht schlecht gewesen. Das sehen. Das sehen. Na ja, 38 Euro. Oh. Wir haben noch 218 Drehs, oh Gott, wenn nichts mehr kommt, dann gehen wir noch mit Verluste aus, ist egal, ich melde mich wieder um was kommt, soo, die nächsten Pyramiden, Trieben, 2 Spiele, ja, wollen wir mal sehen. Oha, 3 Pyramiden Drehungen, also nur die Karte bleibt stehen, haben wir gelernt, mal 5 alles, aber nützt natürlich nichts, wenn kein Gewinn kommt, schon zu Ende, ja, Gesamtgewinn 495, naja, das ist ja nur so wie es ist, ich melde mich dann wieder, wenn was größeres kommt, soo, nochmal 3 Pyramiden, 6 Fallspieler, ich habe das Ziel, ich habe ziemlich durchgepusht, 21 Minuten sind noch, 43 Spins insgesamt, 37 Euro sind noch übergeblieben, von 71 oder über 70, naja, vielleicht kommt ja nochmal was, Big Win, 6 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro, ja, knapp, okay, nur so, nehm ich mal mit, was ist das, Was ist das hier? Sturmiden-Ries-Spin wieder? Vier Stück. Wollen wir mal sehen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Sieben. Naja. Naja. Mit dem anderen ist es schön über 100€. Das wäre natürlich nicht schlecht. Kein schöner Gewinner. Aber ja. Das war's. 50€. Kann man machen. 42 Spins wissen wir noch. Damit das Ries beendet wird. 60€. Wissen was geht noch runter. Vielleicht können wir noch mal drei. Pyramiden wäre nicht für ihn schlecht. Oder noch mal ein anderer gewinnen. Jawoll Leute. Ja. Vielleicht kriege ich ja meine... Ah, sechs Spiele nur. Scheide. Vielleicht kriege ich aber eine 70€ wieder raus. Ja. Ja. Pyramiden-Ries-Spins. Mal gucken. Acht Stück. Ja, das geht schon. Mal gucken. Mit einem 10-fach Multiplikator, Leute. Acht Pyramiden-Spins. 10-fach Multiplikator. So. Es könnte doch mal was kommen. Mal was schönes. Mal was richtig heftiges. Big Win. Big Win. 6€. 7€. 8€. Aber Pyramiden-Ries-Spins. Mal gucken. Mal gucken. 8€. Noch mal 8 Stück. Vier. Mauer. Nehmen wir mit. Jeeeeeein. Komm, hol noch mal einen raus. letzter Spin, letzter Pyramiden Spin, 21, ne, ich lass das mal laufen hier, das Handy wird jetzt so ein bisschen schlafen, alles gut, 30 Spins, haben wir noch vierte, oh wir sind auf dem vierten Platz, in der Wertung, aber das hat man nicht zu sagen, weil es sind bestimmt noch, weil ich ordentlich gepusht habe, es sind bestimmt noch viele Leute, die noch mehr Spins offen haben, wir können dann gucken, obwohl die sind schon alle durch, der hat noch 40 hier, also vielleicht, wir machen mal vorsichtig, vielleicht kommt ja nochmal ordentlicher Gewinn, nochmal schön drei Pyramiden, das wäre natürlich geil, vierter Platz, komm, 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 komm mal raus, bitte, irgendwas Pyramiden mäßiges, ach Leute, ich sag mal so, ist schon ein bisschen anspannend, hier in der Luft, ups, sind gerade 14 Spins noch, die gezählt werden, 4. Platz und das geht nach 16 Minuten, ach, da sind noch einige. 9 Spins noch, komm, gibt es nochmal Pyramiden, jawoll Leute, komm, da richtig 20 Dinger oder was, 10, ja, ist doch gut, 10, und dann, vielleicht nochmal ein Pyramiden Re-Spin, ah, jawoll, aber Multiplikator 3 ist jetzt nicht das meiste, okay, ist egal, vielleicht kommt noch etwas Heftiges, jetzt nochmal Pyramiden Re-Spins, wo die Multiplikator, glaube ich, stehen, ja, jetzt haut er noch die Pyramiden raus, ne, ist klar, er nutzt ja nichts, wenn nichts kommt, so, naja, jetzt haben wir nochmal Pyramiden Re-Spins, 12 Euro, boah, ist das, reicht das hier links, für den Mega, jawoll, wir sind auf dem dritten Platz, Leute, dritter Platz, vierze Minuten noch, ah, der hat noch 30 Spins vor uns, der Typ, hier, guck mal, mit 38 Spins, mit 13 Spins, das wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, ne, komm, fünf Spins noch, jetzt gibt es nochmal was, schön, nochmal Pyramide, oder was, es wäre so geil, es wäre so geil, äh, letzter Spin, letzter Spin, ja, machen wir 1,50, aber keine Pyramide, so, ja, alles gut, eskalieren wir nicht so doll, ist alles in Ordnung, so, Leute, jetzt muss ich nochmal drehen, sonst gibt es keine Ruhe hier, so, 86 Euro, also wir haben uns verbessert, und sind momentan auf dem dritten Platz, aber da sind noch einige, die Spins haben, da sind noch einige Leute, noch einige, Preise, keine Ahnung, äh, sind noch zwölf Minuten, also ich würde sagen, äh, ich mach mal aus, melde mich in zwölf Minuten nochmal, dass ihr das Ende dann habt, von, von Real Race, und, äh, bedanke mich trotzdem schon, auch für Aufmerksamkeit, wir sehen uns gleich nochmal zum Abschlussfazit, und, ja, bis dahin, so, nochmal ein kleines Zwischenfazit, mittlerweile bin ich hier auf dem, vierten Platz gerutscht, da hat sich noch einer zwischengemogelt, erst war ich dritter, jetzt vierter, ich habe nochmal langeweile, bisschen gedreht, auf 80 Euro runter, ähm, würde mich nicht überraschen, wenn noch einer kommt, jetzt sind noch fünf Minuten, knapp zu spielen, jetzt fünf Minuten, der hat noch 38 Drehs, vielleicht kann der noch erster werden, ich weiß es nicht, nochmal einen hunderter, oder was, es kann auch noch einer von hinten ankommen, da ist schon wieder, da dreht er auch noch hier, ach, ach, die scheiße, hinter mir der Typ, der hat 61 Drehs noch, ach, die scheiße, der hat noch 72 auf Platz 5, Platz 7 hat auch noch 72, also, Leute, Platz 10 hat noch 50, also, ich denke mal, wir werden da noch, abrutschen ordentlich, vielleicht noch außerhalb der, der Geldränge, ja, einmal Pyramiden mehr, sag ich mal, wäre nicht schlecht gewesen, gut, noch sind wir vierter Platz, vier Minuten noch, ich meine, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch besser gefallen hat, ob euch jetzt, also nicht das Spiel an sich, sondern Real Race durchlaufen lassen, so wie das Real Race davor, Book of Gods war es ja, da hatte ich komplett die Zeit durchlaufen lassen, das Video geht aber bestimmt, weiß ich, 30 Minuten, 40 Minuten, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geguckt, und hier habe ich ja immer nur, bei diesem dann, bei Legacy of Egypt, mich quasi gemeldet, wenn dann drei Pyramiden kamen, oder irgendwas, ihr könnt ja mal schreiben, in die Kommentare, wie es euch besser gefallen hat, durchlaufen lassen, oder, ja, hier, Zeitüberschreitung auch noch, raus aus dem Spiel, na gut, ich werde euch am Ende sagen, welcher Platz es geworden ist, bis dahin, so, ich habe das Spiel nochmal geladen, dass wir nochmal live dabei sind, letzten 50 Sekunden, mittlerweile Platz 5 abgerutscht, hinter mir ist noch einer mit 16 Drehs, könnte knapp werden, vielleicht kommt noch einer von ganz hinten, mit dem 100er Gewinn, weiß sonst, man weiß es ja nicht, es ist erst wirklich safe, wenn man dann auch die Sekunden rum hat, so wie es mir ergangen ist, das vorige Mal, dann hatte ich noch einen heftigen 100er, aber der wurde nicht gezählt, weil die Zeit eben abgelaufen war, hier hatte ich jetzt auch nicht gepusht, ein Dreh hat er noch, Pastor Kit, ja, ist hinter mir geblieben, Platz 5, so gut wie sicher, die letzten 9 Sekunden Leute, drückt die Daumen, dass jetzt nicht noch einer kommt, Platz 5, keine Ahnung, wie viel der Gewinn da ist, wie hoch das ist, 0, zack, Ende, viel Rays, was haben wir, Baller was hier, achtet drauf, hier alles am Start, 10 Euro gewinnen, wir waren erst Dritter, das wären 30 gewesen, 826 Punkte, ja, also wir waren dran, einmal mehr Pyramiden, hatten wir 926 gehabt, wären wir auf den Dritten gewesen, ja, also ich bin zufrieden, nochmal einen 10er drauf, kannst nicht meckern, äh, ich denke mal, den können wir uns auch gleich mal abholen, hier, Startseite, Nutzen, 10 Euro, zack, 90 Euro haben wir jetzt hier, wunderbar, also reicht vollkommen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, und, ja, lasst einen Daumen da oben da, ein Abo, keine Ahnung, teilt das Ding, ich weiß es nicht, bis zum nächsten Mal,